3, 2, 1, 0 Nissan kracht in Bahnenwagen, drei Schwerverletzte auf der Autobahn. Zu einem schweren Verkehrsunfall auf der A2 ist es am Freitagmorgen zwischen der Anschlussstelle Bielefeld-Süd und dem Anschlusskreuz Bielefeld gekommen. Dabei wurden drei Personen schwer verletzt. Gegen 8.25 Uhr musste ein roter Mitsubishi in Fahrtrichtung Dortmund wegen einer Banne auf dem Seitenstreifen halten. Ein schwarzer Nissan kam laut der Polizei aus noch unbekannten Gründen von der Fahrbahn ab und raste in den haltenden Wagen. Zwei Personen wurden bei dem Crash in der Mitsubishi eingeklemmt und mussten durch die Feuerwehr aus dem Wagen geschnitten werden. Insgesamt drei Personen wurden schließlich schwer verletzt aus dem völlig zerstörten Auto geholt und mussten anschließend mit Rettungswecken ins Krankenhaus gebracht werden. Der Fahrer des Nissans blieb nach ersten Informationen hingegen unverletzt. Die Fahrbahn ist derzeit komplett gesperrt. Tag 24 bleibt dran. Tag 24 bleibt dran. Tag 24 bleibt dran.